Mein Name ist Barnabas Collins. Vor zwei Jahrhunderten machte ich Collinwood zu meinem Wohnsitz. Meine Liebste, bis eine eifersüchtige Hexe mich verflucht und in die Schattenwelt verdammt hat. Was hast du getan? Für alle Zeit. Was zum Teufel ist das? Er kommt. Er kommt. Sprechzukunftsbewohner. Welches Jahr schreiben wir? 1972. 1972. Geliebtes Collinwood. Geliebte Familie Collins. Wer ist das denn? Ich bin ein Vampir, Madam. Ja. Er bleibt doch nicht für immer hier, oder? Ich mag ihn. Willkommen zu Hause, Barnabas Collins. Wie lange dauert es, die Pferde anzuspannen? Wir haben keine Pferde. Wir haben ein Chevy. Da ist doch Hexerei im Spiel. Komm heraus, du kleine Sängerin. Barnabas, erinnerst du dich an mich? Hexe, du hast aus mir dieses grässliche Geschöpf gemacht. Du darfst deine hübschen Lippen auf meinen allerwertesten pressen und ihn mehrmals kürzen. Und wenn ich dich dazu bringe, mich zu lieben? Wie, mit einem Zauber? Mit denen hier. Ich muss zugeben, sie sehen nicht einen Tag älter aus. Meint ihr das ernst? In der Tat. Wenn ich dich nicht bekomme, vernichte ich dich und deine Familie. Knapp daneben. Der Familienbetrieb wird durch mich sein einstiges Ansehen zurückgewinnen. Brenn, Baby. Brenn. Kämpfe weiter, Barnabas. Kämpfe für uns weiter. So kämpfe ich denn weiter. Liebe mich. Niemals. Eine äußerst bedauerliche Wende des Schicksals. Du hast so einen Schatten. Unser Eins hat weder einen Schatten, meine Liebe, noch ein Spiegelbild. Dieшие Wende des Schicksals.